Teil 8 Quanten, Samstag, 10 Uhr Gio ging es richtig gut. Er biss in ein knuspriges Hörnchen und genoss die Aussicht, die sich von der Terrasse am Haus seiner Eltern bot. Das Wasser des Genfer Sees glitzerte im Sonnenlicht und weiße Segelboote glitten gemächlich dahin. Idylle pur Gio gegenüber saß seine neueste Eroberung und lächelte ihn verliebt an. Schatz, du magst doch auch noch einen Schümli, oder? fragte sie und stand auf. Gerne, schnurrte er. Kaum war sie mit den leeren Kaffeetassen im Haus verschwunden, klingelte das Telefon. Widerstrebend erhob er sich, streckte sich, ging hinein und nahm den Hörer ab. Gerber? Hallo, hier ist Chrissi. Grüezi, Chrissi. Nett, dass du dich auch mal meldest. Gio, wie geht's denn so? Mir geht's bschisse. In vier Tagen fange die Klausuren an und ich werd höchstwahrscheinlich durchrasslen. Was machst du dann in Genf? Warum bist du nicht in Zürich an der Uni und büffelst? Die Ruhe, die gute Luft, da fällt das Lernen leichter. Du weißt schon. Das glaubst du doch selbst nicht, antwortete Chrissi. Gio, der jüngste Sohn von Tante Chiara und Onkel Max, hatte seine ganze Schulzeit über nur gute Noten nach Hause gebracht und nie auch nur den kleinen Finger dafür gerührt. Und warum bist du wirklich in Genf? Die Mama ist auf dem Symposium in Rom und der Babab gleitet sie. Tja, und ich hab mich dazu breitschlagen lassen, das Haus und den Hund zu hüten. Das ist total bescheuert. Ich muss Chiara dringend sprechen, jammerte Chrissi. Tja, Pech! Vielleicht kann ich ja helfen, bot Gio an. Ich hab die brandneue E-Mail-Adresse von Chiara, cc.gerber.skrypto.ch. Meine Nachrichten werden aber nicht zugestellt. Irgendwas mach ich falsch. Klois, privat benutzen meine Erzeuger immer noch die alte E-Mail-Adresse bei Hotmail. Die hoscht doch sicher auch noch. Chiara, check du sie täglich, antwortete Gio verwundert. Gibt's die andere nicht mehr? Schon, aber woher hoscht die überhaupt? Keine Ahnung. Naja, au egal. Die Adresse hat Chiara zeitweise im Institut verwendet. Aber soweit ich weiß nur, solange sie Carlo im Quantenrechner eingearbeitet hat. Quantenrechner? Du meinst doch sicher einen Computer oder Laptop, unterbrach ihn Chrissi. Neu, ich mein, was ich sag. Ein Quantenrechner. Wobei die korrekte Bezeichnung Quantenrechner-Modell lautet. Klingt cool, oder? Wusstest du nix von der Sache? Ich dachte beim Zernbauen alle an der LHC-Röhre mit. Klois, du chosch echt keine Ahnung, oder? Meine Mutter arbeitet seit ewiger Zeit an der Entwicklung dieser Superrechner. Vor acht Jahren haben sie das erste Modell zusammengeschustert. Hat aber nicht so recht geklappt. Mit dem dritten Versuch jetzt sind sie ganz zufrieden. Sie haben zwei identische Modellbaut. Chiara nennt sie ihre Babys. Babys? Erzähl, was hat dein Bruder mit den Quantenrechnern zu tun? Arbeitet Carlo etwa auch beim Zern? Fragte Chrissi komplett verwirrt. Neu, Carlo ist immer noch in seiner Firma. Allerdings ist er ein paar Karrieresprosse rauf purzelt. Mal arbeitet er in Madrid für S-Crypto, mal in Prag, mal in Amsterdam. Und jetzt hat er das große Los gezogen. Er mischt in einem Projekt mit, bei dem sämtliche EU-Staaten ihre Finger drin haben. Als die Mama davon was mitgekriegt hat, hatte sie einen ihrer grandiosen Einfälle. Sie hat seit einiger Zeit ein Projekt gesucht, bei dem alles ihrer Babys außerhalb vom Zern eingesetzt werden kann. Natürlich wollte sie das Prachtstück nur in gute Hände geben, und du weißt, sie hält viel von Carlo. Also hat sie ihre Beziehung spielerlau und alles eingefädelt. Sie ließ den Projektleiter wissen, dass das Zern für das europäische Projekt unter bestimmten Voraussetzungen ein Quantenrechner-Modell zur Verfügung stellt. Euer Bedingung war, dass Carlo sich zwei Monate am Zern schulen lässt und nur er den Superrechner bedient. Der Projektleiter war höchst interessiert und ging auf LSO. Weißt du, so ein Rechner arbeitet mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. »Hörst du mir überhaupt noch zu?«, fragte Gio, der wusste, dass Chrissy normalerweise bei solchen Themen auf Durchzug stellte. »Klar, erzähl weiter.« »Door gibt's kaum noch etwas zu erzählen.« Carlo kam nach Genf und wohnte zwei Monate hier. Morgens fuhr er mit Chiara zum Zern, und Mama und ihr Team wiesen ihn an dem Rechner ein. Sie bereiteten das Baby vor. »Ja, und in dieser Zeit hatten Mutter und Sohn eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Dämmert's dir, na?« »Die zwei Cs in der Adresse, eins für Chiara und eins für Carlo. Niedlich, oder?« Chrissy schluckte. »Wahnsinn, ja. Und wo ist das Ding? Ich meine, der Superrechner jetzt?« »Horst eh zugehört. Carlo hat ihn.« »Ist Carlo in Bern?« Neu, wie Schock sagt, er ist momentan im Ausland und mischt an diesem käumnisvolle Projekt mit. Entweder in London oder in Cheltenham. Wart, in der Küche an der Pinnwand hat Mama die Hotelnamen auf nen Zettel kritzelt. Ich geh rein und schau nach.« Einen Augenblick später tönte es aus dem Hörer. »Nächste Tag ist mein Bruder in London, im Hilton, und hinterher in Cheltenham im Queens Hotel.« »Hey, cool. Ich bin auch in London, bei Rose und Charles.« »Was, du auch?« »Irgendwas mach ich grundlegend falsch, oder?« klagte Gio. »Chiara und Max sind in Rom, Carlo und du in London, und ich, ich häng allein in Genf rum.« »Gio, dein Schümli wird kalt,« rief eine weibliche Stimme im Hintergrund. »Du armer, einsamer Kerl,« bemitleidete Chrissy ihn kichernd. »Viel Glück bei deinen Klausuren und Merci für die Infos. Ciao.« »Gern schön.« »Ciao, Bella,« verabschiedete sich Gio mit einem warmen Lächeln in der Stimme. London Hilton, Samstag, 10.20 Uhr »Warum hast du ihn nicht nach Carlos Telefonnummer gefragt?« »In London gibt's mehrere Hiltons,« fragte Raymond unwirsch. »Ich hab ihn eh schon viel zu sehr gelöchert. Gio wird sonst misstrauisch, oder?« antwortete Chrissy. »Außerdem brauchen wir nur bei der Rezeption anrufen und fragen, ob wir Carlo Gerber sprechen können, oder?« »Oder, oder.« »Und findet es Carlo total normal, wenn du ihn aus heiterem Himmel in London anrufst?« »Warum nicht? Wir telefonieren ab und zu.« Green wurde ungeduldig und unterbrach das Geplänkel. »Hört mal, ich verziehe mich ins Netz und check, wann exakt Carlo Gerber in London gelandet ist.« »Und wie kommst du da jetzt rein?«, fragte Raymond. Er hatte null Bock extra deswegen, den Rechner hochzufahren. »Hier ist doch überall Strom.« »Der führt direkt ins Internet!«, sagte Green und verschwand in der Dreifachsteckdose. »Nicht übel. Strom!«, brummte Raymond, wandte sich ab und ging in den Flur. Er suchte das Regal neben dem Telefon ab und zog ein zerflattertes Branchenverzeichnis hinter einem Stapel von Telefonbüchern hervor. Sie suchten unter der Rubrik Hotels nach Hilton-Einträgen. Die Unterkünfte waren nach Stadtteilen geordnet, was die Sache nicht erleichterte. »Komm, wir schauen im City-Bereich nach. Das sind doch alle Banken.« »Ja, und die Börse. Aber Carlo ist doch kein Banker, oder?« »Nein, Security Engineer. Er hat Informatik mit dem Schwerpunkt Kryptologie und Informationssicherheit studiert,«, erzählte Chrissy. »Kryptologie? Echt? Dein sportlicher Carlo treibt sich in muffeligen Krypten im Bankenviertel herum?« »Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich sehe schon morgen die Schlagzeile in The Sun. Dickfett und feuerrot. Ursache der Finanzkrise endlich geklärt. Londons Bankster atmen auf. Schweizer Grufti findet schwarzes Loch im Sumpf der City,«, blödelte Raymond. Chrissy kicherte. »Döskopf! Kryptologie mit O! Das ist die Kunst des Kodierens und Dekodierens. Top-Secret-Daten der Banken, von Militärs und vom Geheimdienst werden verschlüsselt übermittelt. Die entsprechenden Methoden entwickeln Kryptologen. »Ja, ja, und Dekodierungen werden dann von minderjährigen Hackern geknackt,«, meinte Raymond naserümpfend. Ein Thema, über das Carlo stundenlang labern kann. »Raymond, mir steht doch eine Freikarte für Wicked zu, oder?« Er nickte. »Ich lade Carlo zur Nachmittagsvorstellung ein. Hinterher ziehen wir mit ihm durch die Stadt und fragen ihn aus.« »Keine schlechte Idee. Hoffentlich hat er Zeit.« »Hier, schau, das Hilton an der Thamesse, neben dem neuen Stadtbüro. Ich probier's mal dort.« Chrissy wählte die Nummer. Nach zweimaligem Klingeln wurde abgenommen und eine freundliche Stimme tönte aus der Muschel, »Das Hilton an der Tower Bridge in London. Sie sprechen mit Deborah Smith. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?« »Guten Tag, mein Name ist Chrissy Gerber. Könnten Sie mich bitte mit Herrn Carlo Gerber verbinden?« »Einen Augenblick, bitte.« Chrissy hob den Daumen und zwinkerte Raymond zu. Deborah kam wieder an den Apparat. »Herr Gerber ist im Moment in einer Konferenz und wir können ihn nicht stören. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen?« fragte die Empfangsdame zuvorkommend. »Gerne!« Das war Teil 8 von Scromax. Dann die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de »Gerne!« »Bei Hum Älan, um Spanier, feel man geht bei asta?« »